Einen wundervollen guten Tag, herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial im Bereich Server-Administration, Cloud-Technologien, Security. Eigentlich braucht man Reverse-Proxys mittlerweile überall und das hat seine Gründe. Es ist mittlerweile eine der wichtigsten Bereiche, Komponenten in einer Sicherheitsarchitektur und trotzdem habe ich euch bloß bisher gezeigt, wie ihr einen einrichten könnt, allerdings nicht erklärt, was genau das Ding ist und das will ich heute dringend nachholen. So, also ein Reverse-Proxy bzw. generell ein Proxy ist ja eigentlich eine Kommunikationsschnittstelle in einem Netzwerk und deswegen dachte ich mir, wir fangen doch einfach mal mit einem ganz normalen Proxy an, den ihr vielleicht aus verschiedenen Anwendungen kennt. Ein Proxy ist ja ähnlich wie ein VPN, vielleicht könnt ihr auch da ein paar Schlüsse draus ziehen. So, das heißt, was ist eigentlich erstmal ein Forward-Proxy, ein ganz normaler Proxy eigentlich, nur dass man hier explizit Forward dazu sagt, meint aber wie gesagt den Standard-Proxy. Das ist eine Möglichkeit, wie ihr als User quasi sagen könnt, hey, ich möchte eine Website besuchen, aber ich möchte nicht die Website direkt besuchen, sondern ich möchte, dass mein Traffic, also mein komplettes Internet, direkt hier von mir über diesen Proxy geht und dann erst an den Webserver. Und dort dann verarbeitet wird und dann kann ich quasi meine, die Anfrage wieder zurückbekommen, indem der Internet-Server, also die Webseite, zum Beispiel YouTube in diesem Fall, das Ganze wieder zurückleitet an den Proxy und von dem Proxy zurück an mich. Okay, aber was genau bedeutet das? Das heißt, dass ihr eigentlich gar nicht direkt mit der Webseite kommuniziert. Eigentlich kommuniziert ihr nur direkt mit diesem Proxy. Und der Proxy kommuniziert direkt mit der Webseite, die ihr aufruft oder mit mehreren Websites natürlich auch. Und das hat einige Vorteile. Bei sogenannten transparenten Proxys, hier kurzer Disclaimer, ist man nicht anonymer, weil der Proxy einfach die ganzen Anfragen vom User weiterleitet. Aber grundsätzlich ist man normalerweise anonymer als Benutzer, denn jegliche Anfragen an Webseiten gehen ja über den Proxy. Das heißt, in den Anfragedaten steht die IP-Adresse des Proxys, steht der Standort des Proxys und so weiter und so fort. Und was natürlich auch ein wirklich großer Faktor ist, Proxys sind in der Regel deutlich effizienter als ihr selbst. Denn häufige Anfragen werden normalerweise gecached. Das bedeutet, wenn ich jetzt auf YouTube.com mir dieses Video hier ansehe und jemand anders sieht sich dieses Video hier auf YouTube auch an, es ist von mir aus gerade in den Trends Platz Nummer 1. Ja, jeder möchte dieses Video sehen. Und der Proxy ist speziell für YouTube optimiert. Dann weiß der Proxy, ah okay, das Video brauche ich jetzt eigentlich gar nicht mehr von YouTube abfangen. Da kommen sowieso so viele Anfragen durch. Ich kann mir das auch eigentlich mal ganz kurz zwischenspeichern, denn, naja, Festplatte habe ich gerade ein bisschen frei, während Internet möchte ich mir möglichst sparen. Und dadurch habt ihr sozusagen auch noch das Internet, also den eigentlichen Server, YouTube in diesem Fall, entlastet. Und bei dem Proxy, naja, dem macht das in diesem Moment gerade nichts. YouTube ist vielleicht ein schlechtes Beispiel, weil YouTube selbst sehr, sehr viel natürlich solche netzwerkarchitektonischen Sachen macht. Aber für kleinere Websites, die vielleicht ein Proxy brauchen, oder andere Websites, die einfach sehr, sehr häufig aufrufen werden, gerade in einem Moment, macht sowas natürlich durchaus Sinn. Natürlich machen das nicht alle Proxys. Die meisten anonymen Proxys haben quasi keinen oder gar keinen Cache. Aber grundsätzlich möglich ist das Ganze. Was aber vor allem dabei resultiert ist, ihr seid ja nicht alleine. Ihr seid ja nicht die einzigen, die diesen Proxy anfragen. Und dieser Proxy cached sich das Ganze nicht nur für euch, sondern für alle User im Zweifelsfall. Also zumindest die öffentlichen Daten. Und dadurch entsteht eine Art internes Netzwerk, wenn man so möchte. Wir haben ein Netzwerk, das wirklich uns mit dem Proxy verbindet. Wir kommunizieren direkt mit dem Proxy. Und erst der Proxy kommuniziert mit dem Internet. Wir haben dadurch eine Art internes Netzwerk. Und falls jetzt noch mehr Leute hier mit dem Proxy kommunizieren, und wir das so konfiguriert haben, dann wären wir in einem lokalen Netzwerk. Wir könnten alle miteinander kommunizieren über den Proxy, obwohl wir eigentlich im öffentlichen Internet sind. Nur, dass wir eben nicht ganz direkt erreichbar sind, weil wir den Proxy zwischengeschalten haben. So, mit diesem ganzen Wissen, was jetzt eigentlich ein Forward Proxy ausmacht, lasst uns mal kurz auf den Reverse Proxy gucken. Denn das ist eigentlich bloß das Ganze nur in Reverse. Wie der Name schon sagt. Und, ja, sieht dann am Ende so aus. Wir haben ein internes Netzwerk, wie wir es davor hatten, zwischen User und Proxy, nur jetzt eben zwischen Proxy, also Reverse Proxy in diesem Fall, und dem Webserver. Wir haben all diese Komponenten zwischen Proxy und dem Webserver, nur eben nicht mehr zu dem User. Das heißt, dieser Proxy hier ist jetzt nichts, was der User bei sich einstellt, sondern was wir in unserem Webserver für unsere User einstellen. Und das hat einen Haufen Vorteile. Also, ich gehe es noch mal ganz kurz mit euch durch. Aber grundsätzlich kann man sagen, ein Reverse Proxy ist eine extra Schutzmaßnahme, die vor mindestens einem Webserver geschalten werden. Ich meine, wir haben ja hier drüben mehrere User gehabt. Grundsätzlich kann ich hier auch so viele Webserver hinter meinen Reverse Proxy schalten, wie ich möchte. Das heißt, der User kommuniziert immer mit einem Proxy, mit einem Reverse Proxy. Da kommt jeglicher User-Traffic hin. Und der Reverse Proxy, der muss da eigentlich nicht wirklich was verarbeiten, da läuft nichts Anstrengendes drauf. Der sagt einfach nur dahin, 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 dahin. Da sind einfach viele, viele Webserver dazwischen geschalten und wir können das einfach so aufteilen. Das ist sehr, sehr angenehm. Es ist also eigentlich wie bei dem normalen Forward-Proxy auch eine Art Stellvertreter zwischendrin und gewährt sozusagen unseren Usern auch Zugriff auf unser internes Netzwerk, aber eben nur genau da, wo wir die User haben wollen. Die eigentlichen Webserver sind für die User normalerweise nicht erreichbar. Die sind blockiert. Die sind nur aus diesem internen Netzwerk erreichbar. Und damit lässt sich natürlich auch so etwas wie eine DMZ aufbauen, also eine demilitarisierte Zone. Das ist ein Herzstück sozusagen davon. Denn ja, wir als User können hier auf dem Webserver, wenn es richtig eingerichtet ist, gar nicht mehr zugreifen. Wir können nur noch auf dem Proxy zugreifen und der macht alles. So, was macht denn der alles? Naja, zunächst einmal, wir haben eine gewisse Anonymisierungskomponente dabei. Das heißt, für unsere User sieht es so aus, als würden sie nur mit dem Reverse-Proxy hier vorne kommunizieren. Für uns, wir wissen, dass da noch einiges hinten dran steht. Jetzt wissen die User und potenzielle Angreifer übrigens auch nicht, welche Webserver hier hinten dran sind, was deren IP-Adressen sind, wo die sind. Die kann man gar nicht erreichen. Und dadurch sind diese Webserver hier hinten dran vor den eigentlichen Angriffen ein bisschen geschützer. Natürlich kann man versuchen, dann den Reverse-Proxy hier vorne zu umgehen und direkt an die Webserver zu gehen oder zumindest die Anfrage so zu craften, dass sie bei den Webservern irgendwas auslöst. Klar, das geht immer. Aber grundlegend weiß ich als User eigentlich nicht, welche IP-Adresse das Ganze dann am Ende ist. Und das ist auch auf dieser Seite. Wie beim Forward-Proxy natürlich auch, aber auch für die Webserver braucht man eine gewisse Form von Anonymisierung. Viel wichtiger ist allerdings die Security-Perspektive hierbei, denn wie gesagt, ein Reverse-Proxy, der vorne dran ist, der leitet im besten Fall den Traffic einfach nur weiter an die jeweiligen Server. Das heißt, wir haben hier einen Reverse-Proxy und hier hinten dran zum Beispiel einen Matrix-Server. Und wenn jetzt hier jemand etwas hinschickt, dann kann ich in meinen Reverse-Proxy diese ganzen Filter einbauen. Ich kann hier einen Virenscanner einbauen, Paketfilter einbauen, zum Beispiel DDoS-Filter kann ich hier einbauen. All diese Themen kann ich hier in meinen Reverse-Proxy reinschalten, kann damit schon mal meinen Traffic sozusagen waschen, kann zum Beispiel Anfragen, die komische Sonderzeichen enthalten, einfach entfernen, dass die einfach komplett fallen gelassen werden und meine eigentlichen Webserver kriegen davon gar nichts mit. Das heißt, ich habe einen Reverse-Proxy für alles. Dazu kommt noch, dass normalerweise auch auf dem Reverse-Proxy die SSL-Zertifikate laufen. Das heißt, Verschlüsselung, also TLS etc., die Sache läuft auch eigentlich auf dem Reverse-Proxy, während hier innen drin im Internet-Netzwerk ist normalerweise gar nicht mehr so sehr verschlüsselt, nur noch eben nach außen. Hier rein sollte ja sowieso niemand kommen. So, der nächste große Punkt ist dann natürlich Load-Balancing. Load-Balancing bedeutet eigentlich das, was ich schon gesagt habe. Wir haben einen Reverse-Proxy und wir haben bis zu tausenden Web-Servern hier hinten dran. Jeder User greift nur auf den Reverse-Proxy zu und der Reverse-Proxy verteilt das Ganze. Jetzt kann ich aber hier relativ dynamisch sagen, ey, Reverse-Proxy, schau mal hier, der Webserver ist gerade überlastet, nimm mal den da. Und jetzt sagen wir, der hier ist auch überlastet, nimm mal den da. Ja, und der auch, dann nimm mal den. Ah, aber der erste hat wieder Luft, nimm doch mal den. So, das heißt, wir können quasi in unserem Reverse-Proxy einschalten, wie viel Last ein jeweiliger Server eben aushalten kann und dass wir vielleicht nicht nur einmal das Ganze hosten, sondern eben von mir aus hundertmal. Und damit habe ich natürlich dann eine gewisse Lastverteilung. Das ist Load-Balancing im Endeffekt und beugt natürlich dem ganzen Überlasten von einzelnen Server-Systemen vor. Eigentlich recht angenehm, aber wie gesagt, wenn der Reverse-Proxy ausfällt, dann fällt euer ganzes Netzwerk aus. Das heißt, das ist euer Single Point of Fail ja am Ende auch und muss dementsprechend effizient und stark sein. Muss man natürlich auch bedenken. So, das Letzte, was ganz, ganz wichtig ist, ist natürlich Caching bzw. Speed-Ups. Caching bedeutet, wir wollen ja insgesamt unsere Server möglichst schnell machen und normalerweise ist eine Komponente mehr immer langsamer. Jetzt hat der Reverse-Proxy aber, wie ich schon vorhin angekündigt habe, ein gewisses Caching. Das heißt, Sachen, die häufig angefragt werden, die sind am Ende nicht mehr auf den eigentlichen Web-Servern drauf, sondern die werden einfach kurz zwischengespeichert. So, das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Reverse-Proxy für meine YouTube-Videos habe und ich weiß, ich bringe jetzt gerade ein neues Video raus, dann wird natürlich dieses neue Video sehr, sehr viel häufiger geguckt als die, die sonst schon online sind. Klar, die werden auch geguckt, aber lang nicht so häufig wie das, was ich jetzt gerade veröffentliche. So, was ich also mache ist, oder was mein Proxy, wenn er so konfiguriert ist, machen würde, ist folgendes. Der speichert sich für euch Zuschauer, die natürlich nur mit diesem Proxy hier kommunizieren, speichert sich dieses Video einfach mal kurz zwischen. So, damit spare ich mir quasi die Web-Server-Anfrage an genau dieses Ding und jegliches Video wird nur über den Reverse-Proxy mal kurz abgegeben und da muss der auch nicht lange nachdenken, der schickt das einfach. Und dadurch ist das natürlich sehr, sehr viel effizienter, weil wir uns diese Kommunikation hier sparen und im internen Netzwerk ein bisschen für Entlastung sorgen. Das mit dem YouTube-Video ist wie gesagt natürlich so eine eigene Sache. Das macht YouTube, das mache nicht ich, aber man könnte es so regeln, wenn ich meine Videos selbst veröffentlichen würde und ihr selbst wirklich so krass auf meine Web-Services zugreifen würdet. Könnte man auch so implementieren. Und, was natürlich auch interessant ist, Speedup heißt natürlich nicht nur Caching, sondern insgesamt auch, dass wir zum Beispiel Sachen komprimieren können auch. Das heißt, wir können hier in unserem Reverse-Proxy einstellen, ey, wenn ein Programm oder irgendwelche Daten runtergeladen werden, dann kann ich hier in meinem Proxy das Ganze kurz zusammenfassen. Gzip zum Beispiel ist eine sehr, sehr häufige Anwendung dafür und die wird hier quasi einmal kurz ausgeführt. Alle Daten, die an den User gehen, werden hier gezippt. Dadurch sind sie ein bisschen komprimierter, brauchen weniger Speicher. Dadurch geht die Übertragung schneller und das Ganze funktioniert relativ schnell. Also schneller sogar, als wenn wir das hier drin, beziehungsweise als wenn wir es nicht komprimieren würden. Und ja, auch dadurch kann ich natürlich etwas Geschwindigkeit einsparen, beziehungsweise kann das ganze Ding ein bisschen schneller machen. So, das ist also die ganze Magie, warum wir Reverse-Proxys haben wollen. Mehr würde ich euch gerne zeigen in einer Extra-Playlist. Das macht hier natürlich keinen Sinn. Hier, das soll so ein bisschen Überblick geben, was sind die jeweiligen Komponenten. Die Extra-Playlist wäre dann zum Beispiel eine Engine X oder eine Apache-Playlist, wobei eigentlich wir mittlerweile fast nur noch mit Engine X arbeiten. Und ja, dazu sage ich euch gerne was, wenn ihr daran Interesse habt natürlich. Und solltet ihr eure Kenntnisse mal wieder einsetzen wollen, also vielleicht als Job tatsächlich sogar, dann kann ich euch Get in IT empfehlen. Die vermitteln nämlich IT-Talente, wie sie hier so schön schreiben. Und ja, wir sehen hier, es sind wahnsinnig viele offene Jobs für ITler momentan verfügbar, was wahrscheinlich nicht abnehmen wird in der nächsten Zeit. Deswegen kann ich euch das nur wärmstens empfehlen. Alles was ihr machen müsst, ist komplett kostenlos euch anzumelden und dann euer Profil auszufilmen. Das heißt, ihr könnt hier einmal auf Profil bearbeiten gehen und hier eintragen, was ihr könnt. Zum Beispiel, hier haben wir schon den Apache Web Server drin. Lasst uns doch mal nach Engine X suchen. Engine X. So, hier. Und geben uns hier mal Skills. Sagen wir mal, wir sind nicht so gut da drin, aber wir können es ein bisschen. Und dann haben wir hier eine 2. Ja, wir haben schon echt viel mit GetInIT gemacht und mittlerweile sind wirklich viele Leute über uns vermittelt worden. Also das heißt, ich vermittle euch quasi an GetInIT und GetInIT vermittelt euch einfach dann an die Auftrag- beziehungsweise Arbeitgeber. Was natürlich toll ist, ihr müsst einfach nur euer Profil ausfüllen und die Arbeitgeber schreiben euch dann an. Und das ist was ganz Besonderes, finde ich. Für euch komplett kostenlos, die Arbeitgeber bezahlen das Ganze, weil sie eben auch ITler suchen. Weil eigentlich jeder momentan ITler sucht und das einfach echt gut für ITler ist, sag ich mal so, ne? Und ich freue mich natürlich, wenn ich euch da auch einen Job vermitteln darf. Genau, das ist so das Wichtigste für mich, dass ihr glücklich seid und dass ihr was mitnehmen könnt aus diesen Videos hier. Und bis dahin bedanke ich mich bei euch und wir hören uns hier beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.